Ich heiße herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Azulang Crosswave. Beim letzten Mal hat sich das Schiff, was wir hier sehen, eigentlich in ein Siren-Schiff zurückverwandelt. Das haben wir hier leider noch nicht. Keine Ahnung warum. Vielleicht haben wir das nach dem Kampf. Mal sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen Kampf. Und mal schauen. Reden wir noch vorher? Wir kratzen noch vorher. Und Komi dabei sagt, die Massenproduktion des Siren-Schiffes haben angefangen sich zu bewegen. Und ihr Ziel soll die Royal Navy sein. Ja, es wäre alles okay, wenn wir nur einfach dem Schiff entkommen müssten. Aber wir müssen auch noch der Royal Navy Flotte Bescheid sagen, was hier vor sich geht. Ähm, ja, vor allem dann besagt, ich weiß, äh, die Richtung, in die, dass die Sirens sich bewegen, wenn ich zu dem Punkt zurückkehre, wo ich Kontakt mit London und Chaser hatte. Sie redet leider nicht die kompletten Sätze mit uns. Ähm, wird sie die Royal Investigation Flotte treffen. Ähm, und wir zerstören sie, bevor sie das Royal Navy Land erreichen können. Ja, und die Fluggerätschaften der Sirens bewegen sich natürlich auch wieder. Und wir haben mir dabei gesagt, warte, die, ja, die, die Fluggeräte haben sich dazu entschlossen, mir in den Weg zu kommen. Ausgerechnet jetzt. Ja, ausgerechnet jetzt. Ja, ausgerechnet jetzt. Da wollte sie schon etwas sagen, was nicht ladyhaft ist. Ähm, ja, sie sind nervig, wollte sie als er sie sagen, und, äh, dann hat sie aber sich nochmal korrigiert und sagt, sie können einfach nicht, äh, ja, die Situation lesen, quasi. Ja, und sie hätte sich gerne ihre Kräfte ein bisschen aufgespart, aber sie hat wohl keine andere Wahl. Ihr Sirens, bewegt euch kein Stück. Ich persönlich weiß, was das heißt, es ist, äh, zumindest im Mobile Game ihr spezieller Skill, dass sie die Gegner für ein paar Sekunden wie verlangsamt oder fast festfriert sogar. Ähm, zumindest hat sie, ist das ungefähr ihr Spruch, den sie halt sagt. Äh, wie, inwiefern das jetzt hier gleich der Fall sein wird, keine Ahnung, wir werden es übersehen. Da ich vermute, dass, äh, es ist nicht der letzte. Ich habe ja die letzte Folge noch gedacht, das ist der letzte, aber nee, ich glaube nicht. Jetzt mittlerweile, nachdem, was da gesagt wurde. Vorletzte, vorletzte könnte sein. Komm, benutzen einen Lackscher. Ich brauche keine Frage, nicht auszuschalten. Arizona. Dazu 120 Sekunden aushalten, okay? Unser Schiff kann ich gar nicht, äh, treffen, da hinten, das ist außerhalb des Kampffelds. Ah, das schießt, aber, das ist so gemein. Wir sollen zum Glück nur aushalten diesmal. Und dann sieht man mal wieder auch das Schiff da hinten schießen. Ja, so, einfach nur aushalten, das ist ja nicht schlimm, äh, nicht schwierig. Dann wieder was bei Akashi. So, Quatsch noch mal? Nee, Quatsch noch mal. Okay, ähm, ja, ich bin endlich, äh, durchgebrochen. Äh, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dass ich in dieselbe Richtung der Sirens fahre. Es sieht fast so aus, als ob ich ihr Backup wäre, also ihr, 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 auf der Seite der Sirens halt kämpfe. Äh, so, aber wenn ich in dieselbe Richtung der Sirens gehe, ist es möglich, dass die Wand mittlerweile aufgehoben wurde. Und ich, ich, oder, was ich gesagt, wir können nach draußen. Äh, da drüben sind... Tsch, Jasper. Sie ruft schon zu Formidable, Formidable, wir kommen, um zu helfen. serius sagt wir haben ihre majestät und die anderen schon gerettet lady formidable geht es euch gut von der besagt wie schnell sind wo aus bald und die anderen und gesagt bin ich einfach nur langsam nein das kann nicht sein und von mir damit sagt ja es ist es nicht mir geht es gut wir müssen dieses herrenschiff stoppen centauer ja wir haben die geschichte schon von von neptune gehört und london im retrofit ich finde den retrofit von ihr übrigens ziemlich cool ich finde sie im retrofit vom prinzip hübscher als als den normalen das normale aussehen nichts gegen london an sich aber halt ich finde es im retrofit irgendwie genau fällt mir besser die haare sind schöner meine ich weil ich wenn ich gerade richtig weiß im normalen outfit ist die haare dunkler also sie sind eher pechschwarz und da das ist eher so 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 ein bisschen grau mit drin und keine ahnung gefällt mir das gefällt mir das persönlich besser mit dem outfit was sie anhat so sie sagt auf jeden fall weil du uns kontaktiert hast lady formidable haben wir haben wir uns alle hier versammelt an diesem punkt also kannst du beruhigt sein ja und sie sagt das ist gut zu hören nun werden wir hier die sirenflotte zerstören okay der kampf kommt zu wort gut dann vermute ich jetzt fast wirklich das oder kämpfe danach noch gegen tester das ist so schwierig zu sagen manchmal das ist das problem ich weiß halt nie wann der wirkliche endkampf von so einem kapitel ist und wo man ich dann den besten luckscharm benutzen sollte kommen ich mache es einfach raus hallo unikon ok da ist das bild irgendwie ziemlich gleich hallo Stevens hallo hallo Ähm, okay, wir machen keinen Schaden Achso, wir sollen die Aircrafts runterholen Oh mein Gott Äh, wie sollen wir die runterholen, die kriegen keinen Schaden Wie sollen wir... Äh, die kriegen nur durch den Askel Schaden, wie... Ich weiß grad nicht, wie wir die besiegen sollen Und... Ja Ja, ja Ja, ja. Das ist nicht wichtig. Ja... 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 okay das ist gut aber wenn die nur mit dem askel mit dem fokussierten feuer halt kaputt gehen wie soll ich das dann mit der formidable machen geht gar nicht das ist nicht perfekt das ist absolut nicht aber wie soll ich das denn machen wie soll das denn funktionieren da müsste ich vor mir damit direkt ich müsste eigentlich im kampf direkt formidable switchen und selbst dann wird schwierig weil halt die die ganze zeit so massiven schaden kassieren ja den kampf würde ich gerne noch mal machen ich weiß nicht ob ich noch mal machen kann das ist das letzte von ihnen der chaser ist etwas außer pust und sagt ich bin seit heute morgen nur umgelaufen formidabel fragt man dann hast du diesen menschlich geformten serien gesehen man sagt nein ich habe nichts gesehen formidabel sagt ja wir hatten keine ahnung ob wir gewinnen würden wenn wir kämpfen deswegen war es vielleicht das beste dass sie weg ist und dass wir sie gehen haben lassen eine stunde später ich möchte den kampf noch mal machen neppchen auch außer puste sie sind endlich dem schlachtfeld entkommen und sara sagt dass mir von der royal navy so viel geholfen wird wie kann ich das jetzt wie kann ich mich je revanchieren ja und queen elizabeth sagt ja wichtiger ist bitte sagt veneto dass sie die schiffe die ihr von ironblock bekommen habt besser untersuchen sollen london lacht etwas ja etwas so war ganz mein ernst ich will gerade eigentlich nicht dass dieses kapitel endet mit formidabel ich mag formidabel ja und sie sagt auf jeden fall es ist schwer zu glauben dass das hat täglich ein paar alter was sagt sie da entschuldigung das dass sie halt ich vermute mal halt so viel wie dass sie nicht gut genug die schiffe untersucht haben und deswegen ein serien schiff für dieses treffen organisiert haben oder genommen haben was sagt auch ja nicht mal wir haben realisiert dass diese schiffe sich in ein serien schiff verwandeln kann und waspelt sagt ja die existenz der seriens ist wirklich gefährlich wir müssen an unserem an unseren verteidigungssystem arbeiten sirius bitte kontaktiere george sofort sagt er von neun jahr sagt er noch zu formidabel du hast dich ja gut geschlagen oder so in die richtung äh äh ja eure majestät lobt dich für dafür dass du auf eigene faust versucht dass die siren barriere zu entfernen und schade sagt ja wenn wir nicht mit dir in kontakt äh äh und formidabel sagt ich fühle mich geehrt aber im endeffekt habe ich leider die barriere nicht äh ja weg machen können und schade sagt ja wenn wir nicht mit dir in kontakt äh getreten werden formidabel äh hätten wir unmöglich diese serien flotte am ende aufhalten können und da sagt ja das ist richtig nachdem die barriere weg war äh hat die richtung in der wir in der du kämpft hast so bekam wurde ein signal für uns und wir konnten uns in die richtung zurückziehen ich habe nicht erwartet mich mit allen anderen zu treffen bevor ich dich wieder getroffen habe verlegt formidabel sagt neptun naja ich weiß nicht was das genau bedeuten soll aber okay danke neptun hallo klick was sagt ja wie dem auch sei ich bin froh dass alle sicher sind ja und formidabel sagt ja es war schon ein ganz schöner ganz schöner unfall und formidabel sagt ja es ist schon langweilig wenn solche unfälle nicht passieren so also manchmal könnte nein nein das ist kein gutes kein guter das sollte nicht passieren es ist ziemlich ermüdend im endeffekt sie wünscht sich schnell wieder in den hafen zurückzukennen und ein bad zu nehmen okay viel spaß beim bad nehmen man könnte so ein bisschen sagen dass es aussieht wie so ein server raum finde ich zumindest so die server schränke ähm ja test da ich weiß nicht ob sie mit jemandem redet oder für sich äh es sieht so aus als ob diese mädchen es raus sicher raus geschafft haben ja so wie ich es vermutet habe meine beute des krieges ist auf jeden fall dieses halb zerstörte schiff welches gegen die rollen evie gekämpft hat nur gegen die rollen evie gekämpft hat das war es nicht wert aber ich frage mich warum ich fühle mich als ob ich mehr als meine normalen test resultate bekommen hätte okay sie betet für den glanz der rollen evie oder nicht den glanz den den weiteren sieg der rollen evie irgendwie so hm und damit haben wir dieses dlc abgeschlossen wir werden das jetzt natürlich ein bisschen abkürzen weil wir das dann schon natürlich mehrmals hatten das war wieder formidabel äh ja möchte ich speichern ähm aber an diesem punkt dann erstmal wieder schluss ja wir haben das formidable dlc abgeschlossen gefühlt etwas schneller als das taiho bin mir aber nicht sicher wir werden aber auf jeden fall auch nochmal zu diesem einen kampf zurückkommen ähm entweder werde ich halt wie ich eben schon gesagt hätte machen dass ich formidabel sofort austausche oder ich mache einfach drei schiffe die halt keine cv sind also keine flugzeugträger sind weil die können die anscheinend gar nicht treffen leider das war ein bisschen doof und hoffe dann dass das besser läuft beim nächsten mal ähm ja auf jeden fall bedanke ich mich dass ihr dabei wart bei diesem zweiten dlc und ja beim nächsten mal wird dann ich weiß gar nicht mehr welcher welche kommt jetzt als nächstes ich weiß nicht wir werden uns alle überraschen lassen sagen wir einfach so ok auf jeden fall wie gesagt danke ich fürs einschalten wünsche euch einen schönen tag bis dahin ciao ciao